Aquanox Folge 5, glaube ich, ist das und wir haben das letzte Mal mit so vielen Leuten geredet und so wenig geballert, dass es fast schon nicht mehr als Let's Play durchgeht, als Let's Read oder Let's Hear. Jetzt gucken wir mal, wo es jetzt hingeht zum Speicherkraftwerk, aber immer noch keine Ballermission, sondern noch mehr Story. Oh, aber dringliches Gespräch. Was können Sie mir sagen? Das ist der Chef, ne? Ich weiß Bescheid über Ihren Auftrag. Ich bin Jelle, ich habe keine Ahnung, was den Inhalt dieser ominösen Daten angeht und es widerstrebt mir in einem Spiel, um zu sein, dessen Ring ich nicht kenne und das in meinem Haus gespielt wird, aber ich vertraue Admiral Cox, wenn auch nicht der kaputlichen Lage in Neopolis. Zwei Tipps für Sie. Reden Sie mit den Arbeitern im Speicherkraftwerk. Das ist eine Brutstätte für Informationen. Wenn irgendwo in Aqua ein Ventil klemmt, können Ihnen meine Arbeiter sagen, wo, wann, warum und wie lange. Gut zu wissen, Chuck. Und der zweite Tipp? Nehmen Sie sich in Acht vor Van der Waal und seinen angeheuerten Psychopathen. Allen voran Christina Lloyd. Van der Waal beutet gegen internationale Bestimmungen die Hydratvorkommen im Bermuda-Dreihe aus. Er betreibt illegalen Technologietransfer, Waffenschmuggel, Genhandel und einige dunkle Geschäfte mehr. Er ist kein abgesetzter, zahnloser Ex-Taikon, sondern ein scharfer Höllengrund mit dem Gebiss eines Riesenheils. Wenn er mir zu nahe kommt, werde ich ihm schon ein paar Zähnchen ziehen. Wir werden dich brauchen, Flynn. In drei. Später. Ich werde da sein. Van der Waal scheint wirklich ein Problem zu sein. Den haben sie ja abgesetzt, Chung installiert als neuen Chef von Antrox und Van der Waal lässt sich damit aber nicht abspeisen. Er hat seine Firma sozusagen in die Illegalität getrieben, wieder aufgebaut und macht jetzt ganz schön Ärger. Mal gucken, was finden wir denn so an Aufträgen hier? Dead Eye. Warst du schon mal in Gotham? Da hast du es vielleicht abgefahren. Ich meine diese extremen Antiknummern, die Freiheitsstatue, die Brücke, Wahnsinn. Gotham ist ein merkwürdiger Ort. Dazu, ich habe vorhin Chung getroffen. Er war ziemlich unter Druck. Ich wittere einen Job. Er meinte, du wüsstest, um was es geht. Klar, ich habe mit seinem Sicherheitschef etwas geplaudert. Die Leute von Van der Waal bedienen sich gerne mit Antrox-Energie. Dazu schleichen sie beim Speicherkraftwerk rum und zapfen es an. Dabei gehen sie recht unverschämt vor. Sie haben eben die bessere Feuerkraft und die besseren Piloten. Ein Frachter vor Ort mit mördermäßigen Energiespeicheranlagen und alles schön flankiert von Scouts und Bombern der alten Entropulgarde. Und was macht die neue Antrox-Polizei? Naja, sie müssen zusehen. Sie sind einfach nicht fit, diese Jungs. Schnell durch die Kadettenschule gepräffert. Rasch hochbefördert, aber keine Substanz. Hört sich nach einem Job für uns an. Ja, aber wir haben strikten Befehl von Chang, dass wir keine Anlagen an der Entrop-Station selbst zerstören dürfen. So schwer uns das auch fällt. Ja, ist ja auch besser, wenn wir nicht die Kraftwerke kaputt schießen von unserem Auftraggeber. Aber ich würde sagen, wir reden noch eben mit den drei anderen hier. Und dann machen wir mal diesen Auftrag, verteidigen das Speicherkraftwerk gegen die Leute von Van der Waal. Was willst du trinken, Fremder? Ich habe gehört, dass eine neue Krankheit aufgetaucht ist. In den Barkwässern des südchinesischen Meeres. Leute sterben, aber sie sind nicht tot, Mann. Sie vegetieren einfach so vor sich hin. Irgendwas in ihnen tickt. Verstehe. Du möchtest einen aquarianischen Tsunami-Boost, dann kommt es sofort. Lecker. Naja, wenn das mit einem passiert, wenn man das Zeug trinkt, kann ich darauf verzichten. So, was sagt Harper? Oh, ich komme mir vor wie scheiß Alice im Wunderland. Hier ist alles so verdammt technomässig kalt, dass mir der Smart-Soot am Arsch festfriert. Mann, ich brauche Feuer, Action, glühende Torpedo-Rohre. Du hast mal wieder einen Dopamin-Überschuss, Harper. Du kennst ja unseren Auftrag, die Dateien abstauben. Ach, na was? Scheiß drauf. Ich bin doch kein Gentleman-Detektiv. Ich denke, dass Van der Waal uns die Sache nicht leicht machen wird. Wir sollten ein paar Tipps sammeln. Naja, wenigstens mal eine Idee. Ich ziehe mal ein bisschen rum, kipp ein paar Killer-Drinks und mache einen auf unauffällig. Aber selbst in deinen friedlichsten Zeiten bist du so unauffällig wie ein Stachelrochen in der Badewanne. Also, hören wir uns um. Aber beeilen wir uns. Nicht trödeln. Jut. Ja, der ist immer ein bisschen auf Krawall gebürstet, der Harper. Das ist ein bisschen albern, der Charakter, aber brauchst halt auch bei so einem Spiel, ne? Licht. Wir reden gerade über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kommunikationssysteme. Yeah. Glasfaser. Synapse. ELF. Du brauchst deine Station nur abzuladen. Das ist so gut wie ein Todesurteil. Was hat das eigentlich mit diesem Synapsenkarm auf sich? Bionic. Die Machina Antarctica hat hochempfindliche Lorenzinische-Ampullen von Hallen gentechnisch hergestellt. Und jetzt werden elektrische Impulse von einer Synapsenstation zur anderen weitergeleitet. Das geht am besten in der Sofa-Schicht, wo warmes und kaltes Wasser aufeinandertreffen. In Zukunft wird jede Person in Aqua mal eine Art Synapsennummer besitzen. Kommunikation läuft dann auf neuroakustischem Weg. Bremse, Leonie. Bremse. Du siehst Physikerin, verstehst du? Und ich bin nicht gerade der Ämste. Sie freut sich über jede Abwechslung. Fragen Sie sie bloß nichts über die Tornänenfelder. Wir haben verstärkte Aktivitäten des Golfstroms gemessen. Demnächst erreichen wir wieder die Peter-Watt-Grenze. Das ist das erste Mal seit 500 Jahren. Hey, Leute. Ihr seid ja emsig. Ich wollte eigentlich was über Antikadatenträger wissen, die im Besitz von der Waals sein sollen. Der alte Dreckskart hat für Millionen Credits Antiquitäten. Versuch's mal bei Solveso, hier im Kraftwerk. Der hat früher für Van der Waal solche Teile dekodiert. Okay, also jetzt kriegen wir ein bisschen was raus über diese alten Datenträger. Die sollen wir ja für den Admiral besorgen, weil da irgendwelche total super geheimen Informationen drauf sind. Da müssen wir mal gucken, wo wir diesen Typen finden, der sich damit auskennt. Hier ist er auf jeden Fall noch nicht. Hey, ich erkenne eine Kriegerin, wenn ich sie sehe. Bist du Flint? Dead Eye Flint? Jane Brooklyn. Sabotage auf Bestellung. Ich dachte, sie hätten dich vor Australien zu Albendünger verwurstet. Was treibt einen klasse Mann wie dich hier in Van der Waals lausige Welt? Kickstar. So schnell bin ich nicht klein zu kriegen. Hey, kannst du mir einen Tipp geben? Kennst du dich aus mit Synapsenstationen? Tut mir, man sie erledigt. Hey, hey, hey. Hast du es am Sieden, Mann? Okay, pass auf. Ich hatte gerade den Auftrag, einen Schokonats-Außenposten zu säubern. Will sagen, ihn aus der Kommunikationskette zu nehmen. Wie dem auch sei. Die Faustregel lautet, vernichte das kleine Scheidhabitat, das den Überhitzungsregler enthält. Dann ist Sense mit Kommunikation. Noch ein Tipp. Rede mal mit Atta Walper Jones. Der ist jetzt ein Drogendealer in Atacama City. Kommt hierher und macht seinen Großeinkauf an Synthes. Der war früher mal Antrox-Brüller. Okay. Ähm, ja. Es gibt immer mehr Gespräche. Ich meine, was soll ich machen? Ich will natürlich auch wissen, wie es weitergeht mit diesen kleinen Nebenstorys. Und manchmal springt da ja auch noch eine Sekundärquest raus. Also warum nicht? Mann, das ist so wet hier. Ich liebe Atrox. Dieser Techno-Gothic-Camp. Die Farben. So wet alles. Hier wird der nächste zivilisatorische... Wow! Big Bang! Was ist das denn passieren? Jones, du solltest wieder nach Hause düsen. In die Tornado-Zone. Als lauschige Scavenger. So ein Urlaub ist Gift für dein drogenverschlungenes Gehirn. Erzähl mir lieber was über Van der Waals Anthropol-Boote. Du bist früher auf ihnen gefahren? Wow! Feuer, Blut und Knochensplitter. Die härteste Polizeitruppe Aquas. Keine Gnade. Mann, immer drauf, immer unter Strom. Nie geschlafen. Wir haben ein Turbo-Speed entwickelt. Du warst tagelang hellwach. Keine Angst. Keinen Schmerz. Aber ich weiß, wie man die Jungs besiegen kann. Folgendes. Pass auf. Es gibt einen kleinen, wirklich winzigen seitlichen Bereich, der durch die Geschütztürme nicht abgedeckt ist. Und diese Geschütztürme. Mann, die können auch nicht nach senkrecht unten schwenken. Klare Sache. Aber sieh dich vor. Bleib in Bewegung, Mann. Wer mit dem Teufel frühstückt, braucht einen langen Löffel. Das war dann wohl das, was man vor über zehn Jahren als coole Zukunftssprache und hippes Street-Jargon gesehen hat. Geil. Vor allen Dingen, der mit dem Löffel am Ende war gut. So ausgerüstet bin ich noch gut. Jetzt wird erstmal geballert. Und zwar Sabotage. Genau, wir machen keine Sabotage, sondern wir verhindern die Sabotage der Turbinenfelder von Entrox. Van der Waals Leute schießen sich da wohl ein bisschen durch die Gegend und klapsen Energie ab. Das wollen wir natürlich verhindern. Für unseren Auftraggeber. Die wollen natürlich nicht, dass irgendjemand kostenlos Strom abzwackt. beziehungsweise Turbinen zerstört. Wir sollten jetzt den Navigationspunkt 1 aufsuchen. Ja, das sieht schon sehr cool aus. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Auch diese Mission hat natürlich wieder ihre Besonderheit. Wenn ich jetzt nämlich hier vor so eine Turbine fliege, dann werde ich nach hinten abgetrieben. Also muss man da so ein bisschen aufpassen, dass man natürlich sowohl nicht reinfliegt in die Turbinen, als auch sich nicht sozusagen von der Stürmung wegtreiben lässt. Die war nochmal der Wechsel. Auf zum Navigationspunkt 2, Flint. Also Sally sagt es schon. Wir suchen natürlich Van der Waals Anthropoleute. Also das war früher eben die Polizeitruppe. Als Van der Waals noch der Chef von dieser Energiefirma oder diesem Technologieunternehmen Antrox war. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle so mitbekommen haben von euch. Das war eben seine Firmenpolizei. Ein richtig harter Haufen von Söldnern, die er angeheuert hatte, um ihn da waffenmäßig zu unterstützen. Die Brutalsten der Brutalen und natürlich auch die Besten der Besten. Jetzt fahren wir zum Navigationspunkt 3. Auch wenn er nicht mehr der Chef ist von Antrox, hat er für sein neues kriminelles Firmenkonglomerat, was er da wieder aufgebaut hat, hat er die natürlich wieder mitgenommen. So. Jetzt bin ich vorbei an den blöden Turbinen. Ich kann wieder ein bisschen schneller fliegen. Sehr schön. Der Geschützturm, der hat gerade auch keinen Bock mehr. Ist natürlich ungünstig. Wir fliegen jetzt hier gerade so ein bisschen Patrouille. In der Hoffnung, dass wir irgendwelche Anthropole-Leute finden. Mal gucken, vielleicht treffen wir ja auch demnächst schon mal auf die Miss... What the fuck! Auf die Christina Lloyd. Shit. Mal ein bisschen in Deckung gehen hier. Das sind fette Bomber da. Also das ist nicht so gut Kirschen essen mit denen. Da brauche ich ganz schön, um die klein zu kriegen. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Shit, shit! Ja, das war ein schöner Treffer, aber ich habe auch genug Energie verloren. Mal wieder ein bisschen in die Tauchstation gehen hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, einen habe ich. Boah! Schieß! Wollte gucken, ob ich auch besoomen schießen kann, aber das ging leider jetzt gerade nicht. So, mit dem Frachtag kümmere ich mich nachher. Boah! Das sind aber viele. Ich könnte mal meine Wingman gebrauchen. Oh! Hey Leute! Das mag ich halt an dem Spiel immer, wenn man gerade denkt, jetzt bräuchte ich mal Hilfe. Dann kommt sie auch. Haben wir? Haben wir. Sehr gut. Dann sind nur noch der Frachter und der hier da. Der hat auch nicht mehr viel. So! Here we go, baby! Ich versuche mal von unten ranzukommen. Eben hat uns ja der komische Drogenjunkie erzählt, dass die von unten nicht so gut gepanzert sind. Beziehungsweise, dass die von unten keine Geschütze haben. Und dann ist das nämlich auch gar keine so schwere Mission mehr. Dumm, dumm, dumm. Und sonst so? Na komm. Ja. Jetzt rächt sich's natürlich ein bisschen, dass ich meine Torpedos schon verschossen hab. Aber hier kann ich mal drauf hinweisen, seht ihr da am Rand, rechts, links, oben, unten, die blinkenden Anzeigen. Also gerade unten, die bei mir, die wo noch zwei rote Striche blinken. Das sind eben meine seitlichen und oberen und untere Panzerungen. Man kann also auch ein bisschen versuchen, den Gegnern so auszuweichen, dass eben die Panzerung immer in der Schussfeld ist, die noch am stärksten ist. Also da muss man auch ein bisschen taktisch mit umgehen. Wuhu! Schönes Ding. Ja, die zapfen so schnell nix mehr ab. Wir haben die Mission geschafft zusammen mit unseren tollen Wingman und für die nächste Mission dieser Art kaufe ich mir auf jeden Fall ein paar neue Torpedos. Weil die waren ganz schön schwach und ich hatte ja auch nur sechs Stück davon, wovon ich zwei sinnlos verschossen hab. Gute Arbeit. Wir müssen endlich zusehen, dass wir unsere Polizeikräfte aufpolieren. Keine schlechte Idee. Wanderwalshalte drücken, sind schlagkräftig. motiviert und besitzen so viel kriminelle Energie, dass sogar ein Politiker leider schmerzen könnte. Ich denke, der Niedergang der alten Antrox-Riege hat sie zusammengeschweißt. Wanderwals ist ein charismatischer Mann. Er hat seinen Leuten von allem einen Teil zugestanden. Wir raten Käpt'n, der es versteht, die Beute zu teilen. Apropos teilen. Ich erwarte mit Freude Ihren Credit-Upload auf meinem Konto. 4.900 Credits? So wenig? Ich dachte, ich werde hier gut bezahlt. Ich spinne ja wohl. Naja, gut. Ich werde mich demnächst bei Shang beschweren, aber glaube erst in der nächsten Folge. Wir machen eine Pause und sehen uns in zwei Tagen oder so wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.